Osterfrühstück mit der ganzen Familie. Kommt die Familie wieder zusammen, ne, passt immer frei. Vorher gibt's die Fastenzeit, bin ich gerade drin. Schwer, aber trotzdem. Ja, das ist immer schon ein kirchlicher Feiertag gewesen. Da geht man halt in die Kirche und feiert ein wenig mit, mit anderen Leuten oft. Auch Ostern bedeutet für mich Frühlingsbeginn. Hoffentlich schöne warme Tage und mit der Familie. Ja, rausgehen und auch in die Kirche, Osternacht. Die Enkelkinder kommen zum Besuch, freuen sich im Garten, dürfen die versteckten Geschenke suchen. Ja, da wird erst morgens ganz gut gefrühstückt mit Osterbrot und bunten Eiern. Und dann geht's raus in den Garten und dann werden die Ostersachen gesucht von den Kindern. Und dann wird schön gegessen. Entweder unternehmen wir was, also das kommt ganz darauf an, wie das Wetter ist. Was bedeutet denn für Sie Ostern? Totalen Stress. Ich würde ja auch gerne mal gemütlich mit der Familie feiern. Aber ich muss ja los und Geschenke verstecken. Und das wird immer schwerer. Mit Eiern ging es ja noch. Aber verstecken Sie mal ein Fahrrad oder einen Fernseher. Ich sag's Ihnen, das ist purer Stress. Was bedeutet denn auch für Sie? Untertitelung des ZDF, 2020